Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Wir sind Jenny und Chris zum Wochenausklang und ich habe leider was ganz Ernsthaftes die Woche. Wir müssen mal reden, wir müssen mal reden, Jenny, über, also wir müssen mal einen Appell loswerden. Alkohol und Reitstunden, das passt einfach nicht zueinander. Da passieren, da passieren, also abgefahrenste schreckliche Dinge. Also mal fiktives Beispiel, es gibt hier zum Beispiel jetzt mal im Schwarzwald auf einem Berg gibt es eine Reitschule. Und da haben die Kinder immer Reitunterricht und die Mütter und Gäste sitzen da und trinken Bohle. Und wenn die dann sagen, Mensch, die Bohle diese Woche, die ist aber besonders, also die schmeckt ja richtig gut, dann ist damit gemeint, Jenny? Hauptsache es ballert. Genau, die ballert. Also je mehr die ballert, desto besser ist die. Kein fiktives Beispiel natürlich. Und jetzt habt ihr also diese Woche auf dem Berg gesessen und ich war nicht mit dabei. Der Stuhl, in dem du sonst sitzt, still bist und schön bist, war leer. Und je mehr Bohle, eigentlich reitest du da ja auch nicht, du guckst ja nur zu und trinkst mit Bohle. Und dann, je später der Abend, desto mehr die Bohle, desto reit doch mal mein Pferd, setz dich doch auch mal auf mein Pferd drauf. Ja, und ich hatte keinen Helm dabei. Flashback, kein Helm dabei, meine erste Reitstunde. Es ist so eklig, ich muss den Helm von Jenny tragen und der ist so, sie ist gerade geritten und es ist so feucht. Also was da drin ist in diesem Stoff von dem Helm, es ist von streichbarer Konsistenz. Es ist wirklich, es ist ehrlich ekelhaft. Tja, eine Masse von streichfähiger Konsistenz im Helm. Was war denn das für ein Helm? Das war der, war der Helm von Günther ohne Haar. Es war eklig, es war so eklig. Jedenfalls, um das jetzt kurz abzukürzen, ihr wolltet das dann filmen, ihr habt es auch gefilmt und wolltet mir das Video schicken. Genau. Und in einem Anflug von Telefonnummern vertauschen und wir hatten jetzt die Nummer vom Chris und hin und her. Das Ende vom Lied war, dass meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer bei einem Menschen gelandet sind, von dem wir nicht wissen, der es ist, der allerdings als Profilbild bei WhatsApp einen Leberkäse hat. Genau, der Leberkäse. Jetzt frage ich dich, wer hat denn als Profilbild einen Leberkäse? Ein Metzger, ein Koch, ein Massenmörder, wir wissen es nicht. Vielleicht auch ein Supermodel, das sagen will, ich habe Hunger. Also es könnte ja auch sein. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Buschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felby gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung. Auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjellreven, Bergans oder Derbe. Für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop. Für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felby.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felby. Für die beste Zeit mit deinem Tier. Vielleicht ruft es dich irgendwann an. Zum Beispiel, ja. Oder schickt schöne Fotos oder so. Ästhet. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Jedenfalls, die Datenkrake sitzt nicht im Silicon Valley in den USA bei Facebook oder so. Die Datenkrake sitzt im Schwarzwald auf einem Berg. Wenn ihr noch jemanden kennt, der als Profilbild ein Brötchen oder eine Senftube hat oder so, dem würde ich meine Nummer dann auch noch geben. Damit es einfach, damit es dann auch passt. Der Pferdepodcast, der neue, steht auch vor der Tür. Wir reden unter anderem über ein Lehrgangswochenende, Jenny, oder? Und es hat heute schon angefangen am Freitag. Genau. Bisschen mit AC, bisschen mit Klecks und bisschen mit Herrn Wille. Raimund Wille, der bekannte Erfolgstrainer. Du wirst berichten, wie es war. Und wir haben eine Wissenschaftlerin im Interview, die belegen kann, die belegt hat, dass Pferde, die bei Wettkämpfen besondere Stresssymptome zeigen, durch den Einsatz von Sporen und durch Zügelführung zum Beispiel und durch die Gerte, besonders gut bewertet werden. Seid gespannt. Am Montag, der Pferdepodcast, überall, wo es Podcasts gibt.